Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, wo ein Castle? Ach, Castle. Ich komme auf Castle. Ähm, ja, oh, da ist eine Kiste. Also, das ist die eine Kiste. Okay. Mh, kommen wir hier durch? Nein. Oh, wei. Kommen wir hier irgendwas. Haben die solche komischen Kisten hier. Man sieht hier gar nichts. Da ist auch wieder was komisches. Kann ich das hier öffnen? Nein. Okay. Wo lang muss ich? Ja, entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann was werden. Aber dass einige das in vier Stunden durchgespielt haben. Da sind wir ja nur durchgerannt. Ich kann mir nur vorstellen. Da geht's nach oben, okay. Gucken wir uns erstmal hier und müssen um. Jetzt sind wir hier. Okay. Ich will ja nicht so passen hier irgendwie. Ist hier eine Schachtel. Okay. Aber Gehen wir erstmal den Einweg da rein. Sagen wir hier. Hier ist auch noch ein Weg. Ich bin da, wo die Zürtür ist. Ja, genau. Nein, ich will die jetzt nicht öffnen. Ich werde mal umschauen. Mal gucken. Okay. Was soll man hier liegen? Interessant. Okay, dann brauchen wir ja nicht. Oder zu lesen. Noch beeinflusst. Und wir hinten. Und den ansehen. Was ansehen. Ist das da? Okay, da stimmt doch gar nicht. Was ist das denn jetzt? Ja, nee, das steht öffnen. Stand doch gerade ansehen. Merkwürdig. Was ist das so laut. Hier ist alles so grauenvoll. Okay. Haben wir hier. Okay. Das ist das Moment. Irgendwann ist ein Schädel. Das. Hier ist eine Puppe. Was sind das für Drecksteile? Ja. Das war die Leute. Halt. Dann sind sie nix. Hm, okay. Ja. Hier war doch was. Habt ihr doch auch gesehen, oder? Oh, wieder am Ausgangspunkt? Na gut. So, nee, ist mal ein Licht. Okay, da waren wir. Oh, so, jetzt geht's hier lang. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Jetzt übersprungen. Alles okay? Bonnie? Was? Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist, was ist das? Alles okay, alles okay. Ah! Du bist nicht Bonnie? Nein, ich, ähm... Bonnie war meine Mom. Kanntest du sie? Ja, sie ist die Schwester von meinem Freund. Dein Freund? Jaime. Was? Wir haben gerade eine Szene gedreht und er... Wir waren... Oh Gott! Jaime! Nicht mein... Onkel, Jaime! Onkel? Maddie! Oh mein Gott! Da ist dieses Ding! Es will mich umbringen! Was? Hier, Vorsicht! Wer verdammt ist die? Als ihr weg wart, habe ich den Ort hier gefunden und sie, sie war hier. Wie kam sie her? Weiß nicht, ich glaube, ich wurde hergebracht. Warum? Keine Ahnung! Stan! Du willst nicht hier sein. Glaub mir. Da hattest du gekommen? Ich glaube ja. Meinst du, es kann dich auch zurückbringen? Hm. Bitte, nein, nicht zurück. Wenn ich zurückgehe, bringt es mich um. Hey, schon gut. Niemand zwingt dich zu irgendwas. Aber im Moment ist es hier auch nicht so sicher. Wir sollten los. Das ist sicher keine gute Idee. Das Ding, das mich jagte, ist doch da. Wir sollten Linda suchen gehen. Linda? Kennst du Linda? Linda Castle? Oh, jetzt verstehe ich. Bist du ein Seerhund, was? Bist du ihr gefolgt? Gefolgt? Nein, wir sind zusammengekommen. Aber sicher. Wo ist sie? Ich muss sie sehen. Okay, normalerweise habe ich kein Interesse an perverser Stalker-Scheiße, aber... Ich könnte euch einander vorstellen, wenn der Preis stimmt. Au. Au. Das war gar nicht gut. Und die ältere Dame. Das wollte ich eigentlich nicht, dass er stirbt. Ja gut, ich werde sie nur mal spielen. Also... Nein, ich 말 länger, also... Hm. ... Linde! Bonnie! Wow. Hey, hey. Ist ja gut. Schon gut. Wir gehen hier doch alle drauf. Es gibt keinen Ausweg. Tut mir so leid. Oh Gott. Bonnie, tut mir so leid. Er ist mi hermanito. Der ist tot. Oh, und du? Ich bin okay. Ja, bin okay. Wie kannst du jetzt so ruhig sein? Bin ich nicht. Aber ich weiß, dass wir das alles hier nur überstehen, wenn wir uns jetzt zusammenreißen. Nur für eine Weile. Was ist dieses Ding da draußen? Keine Ahnung. Aber das heißt nichts Gutes. Und wir müssen so weit wie möglich weg von ihm. Tolle Idee. Und wie machen wir das? Da ist der Gully. Da kommen wir vielleicht raus. Mit etwas Glück finden wir von der Kammer aus einen Weg rein. Es kommt. Ich sehe gar nichts. So seltsam. Ich bin etwas weniger benommen. Aber der Typ ist gestorben. Vor unseren Augen. Ja. War er dein Freund? Ich kannte ihn nicht sehr gut und er war eine echte Nervensäge. Aber er war okay. Das hat er nicht verdient. Niemand verdient so was. Jaime. Was? Wenn es dir etwas besser geht, kannst du mir vielleicht erzählen, wo du hergekommen bist. Woran du dich erinnerst. Vielleicht hilft das? Was? Du meinst, Linda ist hier? Linda Castle? Ja, genau. Wir müssen sie finden. Bitte. Wir sind Freunde. Ja, ja. Gute Idee. Suchen wir nach Linda. Okay. Nein. Alles abgeschlossen hier. Türen, Türen. Okay. Wo müssen wir lang? Warten mal. Wir warst doch vor uns schon mal. Die Tür auch, ne? Was ist denn? Die Kette, die wir gesehen hatten? Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Warte, warte, ich kenne das. Das war... Nein, nein, das kann ich. Nicht was? Das gehörte einem von Frank Stones Opfern. Frank Stone? Der Killer. Aus dem Stahlwerk. Aber wie kommt das hier her? Ich hab's auch gesehen. Da war ein Buch in dem Stand, dass es irgendeine Art Schutz bietet oder so. Ich dachte, den gibt's nicht wirklich, aber... Also, sollte es eine von uns tragen? Zum Schutz? Ja. Vielleicht trage ich ihn mal ein wenig. Und, naja, wenn ich sterbe, war's halt Quatsch. Okay. 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 Aber wir gucken uns erstmal jetzt mal hier um. Irgendwie ein bisschen sehr alles merkwürdig hier. Sieht öde aus. Aber... Vielleicht trügt der Schein ja. Na, das denke ich mir auch. Hm, das ist aber nicht so. So. Ja, guck mal. Alles andere als öde. Okay. Gut, auf war. Okay. Soll ich ein Schloss finden. Hm. Naja, gut. Dann werden wir mal suchen. Soll ich hier... Nee. Das ist das Gegenstand verwenden. Ah, okay. 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 Hier gibt's auch mehrere. Und dann rot. Okay, das heißt nix Rotes. Was ist das? Hier spricht Dr. Lieber. Ich führe richterlich angeordnete Therapiesitzung 5 mit Frank Stone durch. 28. März 1961. Nach unserer letzten Sitzung ist etwas passiert, Frank. Das war vor über 60 Jahren. Sie müssen Verantwortung übernehmen, Frank. Nicht nur für ihre Vergangenheit, sondern auch für ihre Zukunft. Ja. Sie haben eine Zukunft. Sie könnte grenzenlos sein. Vertrauen Sie mir einfach. Okay, die Frau ist sehr merkwürdig. Das ist wieder so eine Kiste, aber ich habe keine Figuren gesehen, oder so. Ach, hier ist doch wo was. Wo ist die eine? Oh, ein Messer, okay. Hier ist eine Figur. Okay. Was war das? Okay. Okay, okay, okay. Was war auch sehr, sehr, sehr? Oh, jos. Wo ist die Kiste hier? Dann dürfte ich jetzt. Willen wir zu rein. Ja, an die, hier oben. Hier. Oh Gott, ich habe schon einiges verpasst. Ja gut, vielleicht beim zweiten Durchlauf. Hm, so, kommen wir hier durch. Nein. Das muss man hier durch. Auch nicht. Wo muss ich hier hin? Sehr, sehr merkwürdig. Wo ist das Baby hin geflogen? Okay. 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 Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020 Du musst das verstehen Warum sollte ich? Ich kenne dich nicht mal Linda! Wo ist Dan? Er ist tot Was? Ah, dieser Volltrottel Wie kannst du das sagen? Er war ein Mensch und er ist tot Ja, was euch vor Augen führen sollte, wie ernst die Situation wirklich ist Für uns alle Dan wollte uns vor dir warnen Und jetzt ist er tot Meines Wissens ist das deine Schuld Glaub mir Ich mochte den Kerl nicht, aber Ich glaube dir kein einziges Wort Du bist nicht Sam Green Du bist nicht aus Cedar Hills Ich gebe zu Zwischen uns liegen Entfernung und Zeit und noch viel mehr als du denkst Aber wer auch immer ich für dich bin Du kannst mir trauen Das musst du Nenn mir einen guten Grund Du hast Augustins Archiv gesehen Sie sammelt nicht einfach nur jedes Stück von eurem Film Sie sammelt jedes Stück von dem Film Das jemals möglicherweise hätte existieren können Was soll das bitte schön heißen? Das könnte sein Vor einer Stunde hätte ich das nicht gesagt Aber nach dem, was ich erlebt habe Glaub ich, Sam hat vielleicht recht Augustine belügt uns Was auch immer sie tut, übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem Du hättest die Kammer sehen sollen und das Mädchen Ich misstraue Augustine Aber diesem Mann noch weniger Wer Augustine auch ist, zumindest behauptet sie nicht aus deiner Vergangenheit zu sein Linda! Linda! Was ist passiert? Wir waren im Stahlwerk und... Was? Du bist so alt! Oh Mann So was Solche Dinge, die Können passieren Manchmal Ist das etwa euer Film? Ja Ist es Eigentlich Oh So Dann machen wir hier einen kleinen Cut Und wenn es euch gefallen hat Gerne ein Däumchen da lassen Bis in der nächsten Folge Ciao